Bis zum Umkippen haben wir gespielt. Bis die Sonne untergeht, bis es kein Licht mehr gibt. Natürlich haben sie sich gefetzt. Hier gab es einige Boxereien. Es kam dann schon mal vor, dass man mit einem offenen Knie nach Hause gekommen ist. Diese Straßenkicker-Mentalität, die wollen alle gewinnen. Diese Verbisserheit. Tausend Vollgas, immer durch. Mir wurde zu keinem Zeitpunkt suggeriert, dass ich ein krasser Kicker bin. Es war hart. Ich wollte einfach immer nur kicken, kicken, kicken. Da bin ich einmal in zwei Teile gebrochen worden. Es gibt nicht mehr viele, die aus dem Straßenfußball Superstars werden.